Ja, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Netzwerk GTA und wir sind immer noch diese Missionen dran. Ich kriege gerade einen am anderen, wenn ich ehrlich bin. Ist mir jetzt gerade, wie gesagt, in der letzten Folge ist es mir passiert. Wie seht ihr denn, was passiert? Ich bin nur ein verdammt, ein verdammt, ein verdammt, ein verdammt, ein verdammt. Okay, maybe today we hit a D. So, also die Bader wird ausgerüstet. Ihr seht ja, was passiert die ganze Zeit. In der ersten Folge fällt das Auto aufs Dach, explodiert und die Alte kommt nicht raus. Beim zweiten. Das war ein bisschen. Nein, 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 nein. Nein, wie gesagt, beim zweiten Mal. Ich schieße sie einfach zweimal. So, das war. Ja, ja, ist okay. So. Probieren wir es jetzt einfach nochmal. Ich habe das. Ja, 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 die Backen. So. So, jetzt lasse ich die Alte mal machen. So, jetzt lasse ich die jetzt arbeiten. So, jetzt lasse ich die jetzt arbeiten. Step-by-Step arbeiten. So, jetzt lasse ich die Alte mal machen. 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 Ja, die ist voll weg, okay. Der eine ist gefallen. Oh ja, wo ist das denn, Bonus? Ich will diese scheiß Mission dann nicht mehr auf die Reihe bekommen, liebe Leute. Ich bin direkt hinter dir, nur mal abgesehen davon. Ja. Wir haben es Gott sei Dank endlich auf die Reihe bekommen. Mission erfüllt und dafür kriegt er gut 10.000. Jetzt warte ich. Ja, Gott sei Dank. So. Gut, dann. Oh, ich gehe mir hier auf den Sack. Ich denke, nur mal der von den Typen. Gut, dann müssen wir das halt nochmal machen. Also, wie gesagt, wir machen jetzt den zweiten Teil dieser Mission. Also, was doch offen ist, ist, glaube ich, nur das Fitnessstudio. Dann haben wir, glaube ich, alles. Made in heaven. Dann hoffe ich, dass wir die alte Lose nenne ich. Was? Ich sehe es auf TV, ich lebe es in Bücher, ich höre es in Musik, ich höre es in Musik. Ich sehe es auch das gleiche. Das, das, das. Well, fuck you. Baby, ich bin zufrieden. Ich gebe es dir als eine Frau. Nein, nein mehr. Von jetzt auf, wir sind nur wir business partners. Okay? Ey, wenn das so wie ihr wollt, dann geht's mein Herz. Ich bin mehr als Sie. Ich bin echt in Ordnung. So, dann nehmen wir die Mühle von den Cops doch direkt mit. So, uns fehlt quasi jetzt noch... Oh, wenn ich ehrlich bin, ich nehm die Eier, ich nehm die Eier. So, ich will erstmal auf jeden Fall die andere Karre nehmen, ich nehm jetzt nicht auch nicht die Kopfkarre. Uns fehlt jetzt quasi nur noch eine Mission. Und die heißt quasi, die letzte Mission ist das vierte Studio. Against all odds. Ein Wettbüro. Das ist tatsächlich nicht, ich habe das Studio. Gehen Sie, gehen Sie ins Wettbüro, wir gehen eine Runde wetten, komm. Und woher die wo hin? Stopp playing with your balls and hurry up! Watch where you walking. Well, I'll be. Move it! I might stay up in the middle of the street. So, muss ich die Digga jetzt auch mal werfen, oder wat? Go, get in there and open the safe! Ja, so, ich muss wieder die Rucksackung werfen. Boah, jetzt ist das Spiel mit ihm. Zell ist offen. Ja, ja, hält mal nicht so. Der hält jetzt nur am Hetzten, ne? So, wir müssen zum... Uiuiuiuiuiui. Die fahren hier auf, wenn wir noch mal eine Straße. Und dann rechts. Hey, kill all of you police dogs! Und der verkehrt, diese Mörder, ich wäre nicht mehr. Haben wir klar, dass sie... Ist mir klar, dass wir so eine Karre, die... Ist mir so eine Karre da rein rauscht. Das ist mir so gerade... Boah, Alter, ist das fast falsch? Ich muss die Kamera mal drehen. Boah, das war knapp. Ich fahr mir eine Rotze zusammen. Jetzt wird sich nichts machen. Ja, ja. Wir fahren jetzt ganz locker zur Haar rück. Okay, ich würde diese Mission auch gerne beim ersten Mal so schaffen. Was wäre mir so lieb, dann hätten wir nämlich Catalina weg. Ja, weil ich einen, der so will. So, Gott sei Dank haben wir die alte Hände dabei. 2000. Für die Scheiße machen wir so einen Aufwand. Gut, dann würde ich sagen, wir mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play. Geht ja... Geht ja drei natürlich nicht, aber geht ja San Andreas natürlich. Und dann gucken wir mal, was der gute CJ... Ich glaube, wir sind die einzige Mission, die wir noch haben. Ja, es ist tatsächlich die alte Mission. Dann haben wir Catalina jetzt auch abgebildet. Ja, gut. Mit einem fröhlichen Liedchen auf den Lippen würde ich sagen, verabschieden wir uns hier bei GTA San Andreas. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, ne, in der nächsten Folge. Wenn wir morgen wahrscheinlich um 20 Uhr, ich weiß es noch nicht. Was haben wir im Moment da? Morgen ist Freitag. Okay, das würde passen um 20 Uhr. Okay, dann hau ich mal hier rein und wir sehen uns wieder. Tschüss. Hieraters.